Gesetz der Resonanz Gesetz der Resonanz gehört zu den verschiedenen geistigen Gesetzen, auch zu den verschiedenen kosmischen Gesetzen. Gesetz der Resonanz besagt, wir ziehen das an, was wir aussenden. Man könnte auch sagen, Gleiches zieht Gleiches an. Beispiele für das Gesetz der Resonanz Angenommen, du bist schwanger, dann wirst du plötzlich überall Schwangere sehen, du wirst plötzlich überall Werbung für Artikel für Schwangere sehen, du wirst plötzlich überall Babys sehen. Zum einen siehst du tatsächlich mehr Schwangere als vorher und zum anderen natürlich, Gesetz der Resonanz sagt auch, dass du jetzt in besonderem Maße Schwangere wahrnimmst. Oder ich bin ja Yoga-Lehrer seit 1980 und seit 1980 sagen mir Menschen immer wieder, dass wir vor einem Erwachen stehen, denn jeder erfährt, dass er in seinem Umkreis immer mehr Menschen sieht, die Yoga üben und meditieren oder spirituelle Praktiken machen. Hier gilt das Gesetz der Resonanz. Wenn man selbst anfängt zu praktizieren, dann erfährt man mehr über andere, die praktizieren und du bekommst auch mehr Informationen über Menschen, die spirituell praktizieren. Nicht immer heißt das, dass in den letzten 35, 40 Jahren tatsächlich so viel mehr Menschen spirituell praktizieren, aber jeder, der anfängt, wird nach dem Gesetz der Resonanz andere finden, die ähnlich praktizieren wie man selbst. Weiteres Beispiel. Angenommen, du bist ängstlich, dann wirst du durchaus Gefahrensituationen anziehen. Das ist auch ein Gesetz der Resonanz. Oder angenommen, du bist ärgerlich, dann wirst du andere anziehen, die auch ärgerlich sind und du wirst auch Situationen interpretieren als Ärger. Wenn du all das weißt, dann wirst du einen Moment innehalten. Wenn du jemanden triffst, der total verärgert ist, kannst du überlegen, habe ich diesen angezogen wegen dem Gesetz der Resonanz? Wenn jemand dich ungerecht behandelt, kannst du einen Moment innehalten und kannst sagen, ja, habe ich gerade jemanden ungerecht behandelt? Oder habe ich gerade Angst davor, dass mich jemand ungerecht behandelt? Habe ich gerade mich bei jemandem beschwert, dass er mich ungerecht behandelt und jetzt geschieht es mir wirklich? Das ist alles ein Gesetz der Resonanz. Oder wenn du so viele deprimierte Menschen triffst, kannst du überlegen, habe ich vielleicht selbst etwas Depression? Sollte ich vielleicht meinen Geist erheben? Also, Gesetz der Resonanz heißt, gleich zugleich gesellt sich gern, Gleiches zieht Gleiches an. Dieses Gesetz der Resonanz kannst du auch nutzen. Angenommen, du willst Erfolg haben, dann strahle Erfolg aus und verkünde, dass das und das gelingen wird. Und so wirst du andere anziehen, die dabei helfen, dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Und so,